Ey Junge, guckt euch das einfach an wie krank. Hier ist gerade wirklich 20 Sekunden einmal der Sturm durch und es hat alles im PQ umgefickt. Wirklich alles. Ich schwör's euch, jeder Baum entwurzelt, nix mehr da. Alles weg. Puh, jeder Baum, ihr geschawned. Ich schreib das, jeder Baum, ihr schreibst. Es ist noch nicht. Aber es hat einen großen Job gemacht. Habe ich aber noch davon gehört. Wirklich. Wirklich. Die Himmels. Irmãos und Säkerns. Aber es ist für dich. Ich kann euch mal zeigen, da oben ist jedes Fenster raus, jedes Dach ist abgedeckt hier oben, da Fenster alle kaputt, das ist die Straße bei uns, Bäume hier komplett abgesägt, so und dann geht es hier weiter. Warte mal da oben, ich weiß nicht, was du hier siehst, da oben ist das komplette Dach weg, die Wohnung steht auf Halbmast, da wirst du auch nicht mehr drin wohnen können. Und hier, ich muss ja mal angucken, was da vorne für Bäume entwurzelt sind. Du kommst hier gar nicht vor, nicht zurück, auf bestimmt 500 Meter nicht.